Moin Leute! Endlich mal wieder ein neues Video. Den Song, den ich spielen werde, den kennt vielleicht der eine oder andere. Der ist schon ein bisschen älter. Von Philippe Poesel. Ich wünsche euch viel Spaß. Ein schönes Mädchen, ich muss dir dringend etwas sagen. Ich glaub, wir beide sind füreinander bestimmt. Wir haben keine Wahl, wir müssen's einfach wagen. Kommst du mit? Kommst du mit mit mir? Du wärst das Mädchen mit dem rabenschwarzen Haar. Und ich der Junge, der an deiner Seite geht. Die Leute würden sich umdrehen und fragen, wer wir waren. Wer wohl der Junge ist, mit dem das schöne Mädchen geht. Ich und du. Du und ich und ich und du. Ich und du. Du und ich und ich und du. Wir fahren mit dem Fahrrad, die Nossens Erdbeer fällt. Gleich hinter dem großen Bauernhof ist die große weite Welt. Wir liegen auf der Wiese, es scheint die Sonne auf dem Fels. Schnell holen wir ein Pistazienreiz, bevor ich hier noch schmelz. Unter den Holunderblüten schenke ich dir Wundertüten. Wir tanzen auf den Mauern bis ins Abendbrot, klauen uns ein paar Kirschen. Wer braucht schon Abendbrot? Du und ich und du. Du und ich und ich und du. Ich und du. Du und ich und ich und du. Wir zwei gehören zusammen, es kann gar nicht anders sein. Und wenn nicht mal ein Traschen fängt, dann werd ich dich für frei. Na, ich und du. Du und ich und ich und ich und du. Ich und du. Du und ich und ich und ich und du. Ich und du. Du und ich und du. Ich und du und ich und du und ich und du. Und ich und du und ich und du und ich und du. Und ich und du und ich und du und ich und du. Und ich und du. www.facebook.com slash Dias Berlin Gefällt mir drüber.